Das kommt auf heute Abend an. Das kommt auf heute Abend an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwann. Das sind so unnötige Adressen. E-Mails, Adressen, die wir haben. Das ist alles über die Arbeit. Ich weiß nicht, was hier man macht. Vanatic Pony, Loreboy. Ja, deswegen. Mal schauen. Wir reden halt morgen einfach mal. Schauen halt morgen einfach mal. Unendlich und professionell look das irgendwie. Ja. Hm. 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 Vielen Dank. Ich habe die Köln nicht ausgeliefert. Ich habe die Köln nicht ausgeliefert. Ja. ... ... ... ... ... ... ... Hm? Hm? Woher ist das? Hm? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wo landet ihr? Oder ist aus der Schönheit? Na, das ist ja auch schön. Ja. Ach so. Ja. Viel Spaß. Kannst du mal den Weg sehen, den ich sonst fahren muss? Wenn man den Weg sehen, kann ich sie mal fahren. Und schön finden. Nee, nicht ganz, aber das ist die gleiche Lippe. Und ich darf jetzt mal noch fahren. Wenn einer noch fahren kann. Ja. Ja. Okay. So. Ja. Jo. Okay. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, sehr gut. Hallo. Hallo. Ich bin's wieder. Geht. Ich weiß. Ekelheit. Ein bisschen. So ein Kotzen. you. Ich him ils. Du bist die Mutter. Menschenrechte. Und ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Vielen Dank.